Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schule. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Und ich bin für sie unsichtbar. James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz. Hey. Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert. Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte. Keine Ahnung, was du vorerst bellt. Und es ist mir inzwischen auch egal. Jemand wie du. Kann jemand wie uns nichts anhaben. Zeig den Idioten da, wer Ruby Bell ist. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020